Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, rammontischen und auch genauso eben hosenlosen Abend, denn ich habe keine an und ich hoffe ihr auch nicht. Und wenn nicht, dann könnt ihr diese jetzt schnell droppen. Was wir ebenfalls droppen sind die Patch Notes 8.21, die haben wir nämlich jetzt hier auf dem Tisch liegen. Und es sind wieder tatsächlich einige interessante Sachen dabei und ich würde sagen, wir schauen uns die auch direkt mal an. Das erste was wir haben ist Alistar. Alistar ist hier aktuell einer der besten Supporter. Zumindest auf jeden Fall im Competitive Bereich, beziehungsweise gerade was auch Worlds angeht. Im Solo-Cue-Bereich ist Alistar definitiv auch nicht schwach, aber sehe ich persönlich sehr sehr selten oder relativ selten. Nicht sehr selten, aber ich sehe eher so andere Champions wie Thrash. Ja, 40 weniger HP gibt es hier für den guten Alistar. Direkt auf Stufe 1, 40 HP mag wenig klingen, ist aber extrem viel muss man sagen. Wobei 613 HP auch wirklich sehr sehr viel ist. Das wird ihm auf jeden Fall wehtun. Weiter geht es dann mit Ash oder Ashy oder Asche. Und bei den Articareys muss man ja immer wieder sagen, Articareys sind... Ja, es gibt immer nur so einen kleinen Championpool, den du spielen kannst an Articareys und so andere Champions wie Zivir und Ash, die gehen immer so ein bisschen unter. Dann sind sie wieder Meta, dann gehen andere Articareys unter und jetzt hat wieder Ash ein bisschen hier. Das heißt, ihre Slow-Passive gibt jetzt 15%, 5% mehr auf Stufe 1 und 30%, also 10% mehr auf Stufe 18. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, muss man sagen. Allerdings muss man hier sagen, der verdreifachte Effekt, beziehungsweise vorher war es so, dass man beim Crit dreifach geslowed hat. Das waren also dann nicht 20%, sondern 60. Wird jetzt nicht mehr verdreifacht, sondern verdoppelt. Bleibt im Endeffekt also gleich. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, wird ihr helfen. Ist eine coole Sache, aber ich glaube nicht komplett insane, dass jetzt alle Leute Ash spielen werden. Vor allem, weil Ash eher so ein, in meinen Augen so ein Utility Articareys. Den würde ich so in einem Teamfight spielen, so... Also in einem Teamfight, in einem Teamgame. Das heißt, wenn ich Fünferflex spiele oder so, ne? Wenn ich sage, okay Teamleute, wir brauchen ein bisschen Engage, ein bisschen C oder was weiß ich. Im Solocue würde ich niemals Ash anfassen. Aber ist ja auch eure Sache. Hawkshot wird ein bisschen verändert, sodass es jetzt Gegner pingt. Wenn die Möwe über den Gegner drüber fliegt, ist ganz cool. Aurelion Soul. Das wird jetzt wahrscheinlich einige Aurelion Soul Mains unter euch schmerzen. Es gibt tatsächlich einige und die sind auch, muss man sagen, meistens stolz ein Hauptes. Jetzt hat der deutlich weniger AP. Das tut übel weh, muss man sagen. Also das ist extrem heftig. 52 weniger AP. Das ist echt, echt, echt ganz schön krass. Und man sagt quasi, oder die Betonung, die hier im Dings drin liegt, im Text ist, dass man sagt, okay, wenn man ihn jetzt während er roamed irgendwo im Fluge mit einsammeln kann oder erwischt, so auf kalten Füßen erwischt quasi, dann hat man eine gute Chance, ihn zu bestrafen. Und das ist absolut richtig. Aber auch in der Lane. Ich habe öfters selbst Talon oder irgendwelche Assassinen gegen Aurelion gespielt. Und das ist nicht schön für Aurelion, muss man definitiv sagen. Und wenn die jetzt 52 AP fehlen, das tut wirklich weh. Health Regen ist dafür etwas höher gegangen. Das heißt, wenn du länger auf der Lane bist, hast du im Endeffekt ein bisschen mehr P-Rack. Aber Aurelion hat aktuell die höchste Win-Rate in der Mid-Lane mit 53% irgendwas. Also die höchste Mid-Lane-Win-Rate. Ich glaube, ja, Mid-Lane auf jeden Fall. Eine Play-Rate von 1% ist also nicht extrem viel. Ein kleiner Nerf ist also wahrscheinlich gerechtfertigt. Draven ist nur ein Bugfix. Und zwar, wenn er zwischen einem Normal-Attack und einem Q-Empowered-Attack irgendwie mit am Wechseln war, kann es passieren, dass er es nicht kitten konnte. Und das wird jetzt gefixt. Das heißt, es ist nur ein Bugfix. Aber es sollte ein Bugfix sein, der definitiv, ja, sehr, sehr viel Impact hat. Oder haben kann, ne. Das ist, weil hier steht halt, wenn du wirklich mal diese Axt nicht auslösen konntest, was sie nicht gekrittet hat und du dadurch nicht das Gold bekommen hast durch den Execute, ist natürlich GG. Weiter geht's mit Ezreal. Und diesen Buff weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ezreal's Play-Rate ist extrem hoch aktuell bei 13%. Die lag, glaube ich, vorher bei 9%. Jetzt mit dem Rework ist es hochgegangen. Und seine Win-Rate ist von 56 auf 45, äh, 46 auf 45 oder sowas gegangen. Also runter. Ist aber völlig normal, wenn so viele Leute Ezreal spielen, dass die Win-Rate runtergeht. Bin mir aber halt jetzt nicht sicher. Ich glaube, er ist nach wie vor genauso stark. Ihr könnt mir ja gerne mal die Ezreal-Mains von euch. Droppt mir absolut gerne mal, ob ihr findet, dass Ezreal stärker geworden ist oder ob er schwächer geworden ist. Ich glaube, er ist even. Genauso wie vorher, mehr oder weniger. Vielleicht sogar etwas stärker. Und durch diesen Buff wird er nochmal stärker werden. Wie gesagt, an sich würde ich da wirklich drüber belegen, ob man ihn bufft. Aber dadurch, dass seine Win-Rate halt so tief ist, ist es... Na, selbst wenn er aktuell dezent stärker ist, als der alte Ezreal, ist er immer noch zu schwach. Ja, Irelia, meine Freunde. Irelia ist ja so ein schwieriges Kind, sag ich. Denn sie hat in der Mitte echt eine katastrophale Win-Rate, wenn man sagen möchte. Ich bin mir selber auch noch nicht hundertprozentig sicher, woran das liegt. Sie hat, glaube ich, 47, 48% Win-Rate. Habe ich ihr auch letztens in meinem Video gebracht, wo ich gesagt habe, Irelia ist eine der besten Mid-Lane in der Mitte. Ja, und auch auf der Top-Lane. Und sie ist trotzdem einfach unglaublich extrem stark. Und das sieht Riot eben genauso. Und deswegen wird sie genervt. Also, ihr könnt mir jetzt die Frage beantworten, warum Irelia so eine tiefe Win-Rate hat. Ich würde sagen, dass man halt sehr, sehr oft ein Full-AD-Team hat. Und dadurch im Late-Game vielleicht verliert. Auch wenn du im Early-Game Irelia stomped. Dadurch, dass du vielleicht... Also, sie ist schon ein bisschen schwerer, aber auch nicht ultra schwer, wenn wir fair sind. Ähm, aber droppt mir gerne. Sie wird jetzt nochmal beschnitten. Fünf weniger Movement-Speed. Fünf weniger Movement-Speed. Oh mein Gott, Riot. Dann könnt ihr den Champion auch gleich löschen. Habe ich schon auf Twitter geschrieben. Also, ich meine, klar, fünf Movement-Speed können schon echt oft mal was ausmachen, dass du nicht in den Gegner reinkommst. Und wir müssen jetzt auch noch die Verbindung zu Trinity sehen. Mit Trinity sind nochmal fünf Prozent Movement-Speed. Das heißt, es sind dann, keine Ahnung, ein bisschen mehr als fünf. Vielleicht hast du auch nochmal einen Cloud-Drake dabei. Das kann sich schnell summieren, wenn wir ehrlich sind. Aber fünf Movement-Speed, really? Also, wenn man Irelia wirklich hätte nerven wollen, dann hätte man hier irgendwie noch was machen können. Aber fünf Movement-Speed wird jetzt hier Irelia in keinster Weise aus dem Spiel nehmen. Das heißt, alle Leute, die immer noch Irelia spielen wollen, können sie nach wie vor spielen. Ivan. Ivan ist ein Champion. Ich freue mich zwar, dass Underdogs, also Champions, die gerade nicht viel gespielt, werden gebufft werden. Aber Ivan ist ein Champion, den will ich nicht in den League sehen. Denn was der Dude macht, ist, wenn du selber Jungler bist, dass er dir direkt mit Level 1 seine Buffs klaut und permanent. Und wenn er dann die Lane gankt mit Level 2 und mit deinem eigenen Buffs, dann ist er so nervig. Also, Ivan zählt zu einem der nervigsten Champions in den League, definitiv. Der hat so viel CC dabei, sieht erstmal auch nervig aus und richtig räulig. Er bekommt diese fünf Movement-Speed übertragen hier. Das heißt, er läuft ein bisschen schneller durch den Wald. Im Jungle kann das natürlich hier wieder... Auf Ivan würde ich sagen, sind fünf Movement-Speed mehr als fünf Movement-Speed, weil du halt die ganze Zeit laufen musst. Du musst laufen, laufen, während du in der Mitte, jetzt nicht so viel die ganze Zeit oder auf der Top-Lane auch, mehr oder weniger um die Minions rumläufst. Außerdem baust du Movement-Speed-Boots, beziehungsweise Mobility-Boots. Und da kann das alles so ein bisschen noch dazukommen. Brushmaker macht da jetzt ein bisschen mehr Schaden auf Stufe 1. Ist ganz cool, vor allem, weil er das Ding, soweit ich weiß, als letztes magst. Und Trigger-Seed, ich finde den Namen, der passt einfach perfekt. Die triggert nämlich mich auch immer komplett durch. Hat jetzt ganz dezent mehr Shield. Dann kommen wir zu Kaiser. Ein Champion, der ebenfalls im Solo-Cune relativ schlechte Winrate hat, aber komplett broken ist, auch im Competitive-Bereich. Ja, also Kaiser, definitiv einer der stärksten Artic-Carries. Bei ihr wird jetzt die Passive, dass der Execute-Schaden, also der Target-Missing-Helf-Damage, reduziert wird, aber nur für die AP-Komponente. Das heißt, vorher hatte es ein Scaling von, ihr kriegt pro 100 AP 3,75% mehr Execute-Damage drauf. Jetzt sind es nur noch 2,5%. Riot argumentiert das Ganze so, dass wenn du wirklich diesen Execute-Shredder-Damage, gerade gegen Tanks ist er ja sehr, sehr stark, weiterhin haben willst, musst du jetzt mehr AP in Kaiser rein investieren. Ich denke, das wird niemand machen. Ja, das heißt, du wirst nach wie vor die gleichen Builds machen und hast jetzt halt einfach weniger Tank-Shredder-Damage. Ja, Killer-Instinct dauert jetzt nur noch 2 Sekunden statt 3 Sekunden. Da muss ich fairerweise sagen, das finde ich echt okay. Das finde ich cool. Ein Schild ist halt nice für den Spieler, weil du dich schälen kannst offensichtlich und weniger Damage bekommst. Aber wenn das 3 Sekunden hält, das ist einfach, du musst dem Gegner Möglichkeiten geben, um das Schild herum zu spielen. Und 2 Sekunden ist echt cool. Naja, deswegen Leute niemals eine Barriere im Early-Game angreifen. Und durch Barrier kommt im Early-Game niemals durch. Das geht nicht. Ne? Also, bei 2 Sekunden, da kann man echt drauf warten, dass das Schild ausläuft. Bei 3, also bei 2, bei 3 Sekunden ist schon ein GG. Karma, meine Freunde. Karma sieht man aktuell auch sehr, sehr wenig. Sie kriegt einen Buff auf ihren Root, die W. Das heißt, die routet jetzt auf Stufe 1 schon um 1,4. 0,4 Sekunden mehr. Das ist ein super starker Buff auf jeden Fall, Leute. Im Late-Game ist das gleich und auch die Empowered-Root-Duration ist komplett gleich. Ne? Die W magst man ja meistens, also kommt drauf an, wo du sie jetzt spielst, aber magst man ja meistens sowieso nicht. Man magst sehr, sehr oft die Q, ab und zu auch die E. W vielleicht mal als zweites, aber ich denke, gerade jetzt durch diesen Buff kannst du die W sehr, sehr lange auf Stufe 1 lassen. Katus. Katus haben wir auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, muss man tatsächlich sagen. Er bekommt ein paar Komfort-Buffs. Ich denke nicht, dass ihn das wieder krass ins Game reinbringen wird, wenn wir ehrlich sind, aber die Wall of Pain hat weniger Cooldown. Das ist ganz nett. Wobei ich bei sowas immer fairerweise, also ich würde solche Spells nie zu kurz machen, weil das sind die Spells, wo man dem Gegner Möglichkeiten gibt, das auszunutzen. Wenn du die Wall of Pain falsch setzt, hat der Gegner 18 Sekunden, das auszunutzen, um dich zu töten. Du hast einen Fehler gemacht dann offensichtlich. Und 15 Sekunden ist auch noch im Grenzbereich, aber man sollte nicht zu tief gehen. 30 weniger Mana, das ist okay, weil 100 ist echt super viel und die Ultimate kostet ebenfalls nur noch 100 Mana. Gerade dieser Punkt ist, glaube ich, der stärkste auf Katus. Also das hier ist natürlich auch nicht schlecht mit dem Cooldown, aber ich, wenn ich Katus gespielt habe, habe schon so oft gemerkt, dass ich kein Mana mehr habe. Du brauchst einfach so viel Mana auf diesem Champion. No gut, weiter geht es. Und zwar zu Nonu. Ja, Nonu kann jetzt nicht mehr sich heilen, wenn er einen Spellshield frisst. Das ist ganz okay. Man kann jetzt mit der W über Monster drüber rollen, das heißt, über Shaco Boxen, über Jorik, Mistwalkers, wahrscheinlich auch über dann Zyra Pflanzen und über das ganze kleine Zeug halt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Zack kriegt einen ziemlich coolen Buff, das heißt, er macht jetzt mehr Base Damage, 30 mehr Base Damage mit seinem Stretching Strike und 10 auf Stufe 1. Hier muss man fairerweise sagen, man maxst auf Zack immer als erstes die E. Ja, das heißt, du fängst erst ab Stufe 10 an die Q zu maxen und da sind dann 30 Damage nicht mehr ganz so krass. Ja, die 30 Damage hast du dann ja auch erst mit Level 14 oder irgendwie so was, 13. Aber, ne, ein Buff ist ein Buff, ist also nicht verkehrt. Beim nächsten Champion, ihr seht es schon und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, meine Freunde. So, Paddle Star macht Late Game 20 mehr Damage, also auf Stufe 5 und außerdem Sleepy Trouble Bubble Cooldown um 2 Sekunden im Late Game weniger. Also, ja, hier können wir erstmal drüber diskutieren. Grundsätzlich sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass niemand gerne gegen Zoe spielt. Zoe ist komplett zum Kotz. Nächster Punkt ist, also, der 20 mehr Damage, also, ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt, ob ich jetzt, äh, nicht objektiv handeln kann oder argumentieren kann, weil ich Zoe so sehr hasse oder ob ich vielleicht sogar recht habe. Aber ich hab das Gefühl, dass, also, oder meine Idee, wie man das hier besser hätte machen können, ist, wenn du mit Stufe, Stufe 5 Q abbekommst, das fühlt sich nicht schön an, Leute. Und wenn das Stufe 5 Q jetzt 20 mehr Damage macht, dann fühlt sich das noch unschöner an. Was ich gemacht hätte, ist, ich finde es okay, Zoe zu buffen, weil gerade im Late Game, ja, jetzt werden einige sagen, da one-shotet sie dich, aber gerade, sie one-shot dich eigentlich schon ab Level 11, aber gerade im Late Game hätte ich gesagt, wäre es okay, sie zu buffen. Deswegen hätte ich ihr ein Scaling gegeben, was pro Level geht. Das heißt, auf der Q, dass sie irgendwie ab Stufe 18 plus 20 Damage oder von mir aus auch plus 40 Damage hat, aber erst auf Stufe 18 und scalend halt, bis dahin immer so ein bisschen, ein bisschen Damage. Das heißt, dass sie auf Stufe 5 oder sagen wir Stufe 9, wenn sie es durchgemaxt hat, keine Ahnung, nur 10 Damage hat oder irgendwie so was in der Richtung. Da kann man ja gucken, wie man das macht. Aber, wie leicht ist das ja gerechtfertigt. Sleepy Trouble Bubble auf 2 Sekunden zu reduzieren, finde ich ehrlich gesagt im Late Game okay, weil das hier ist, wie gesagt, der Spell, den man als zweites maxed und dann hast du auch wieder hier bei Stufe 13 irgendwo dann ein Spell gemaxed und da ist es okay, wenn du weniger Kohlen hast. Hauptsache hier, die Zahl darf nicht verändert werden. Wenn die das geringer machen, also das ist nämlich das Potenzial, gegen Zoe zu spielen und wenn die das geringer machen, ist halt GG. Ja, tut mir leid, die Erklärung jetzt bei Zoe war komplett broken, ich weiß, Leute, dafür könnt ihr mich lünchen. Ja, es gibt neue Skins außerdem noch. Achso, ne, wir haben noch Items, stimmt. Edge of Night, Edge of Night wird reduziert und Channel Time wird reduziert. Das ist ziemlich cool, das heißt, ihr braucht nur noch eine Sekunde Challenge statt eine Sekunde 5, macht das Item definitiv interessanter, kostet außerdem auch etwas weniger Gold, 100 und Essential Wear kostet ebenfalls weniger Gold statt 3200, jetzt 3000 Gold, also 200 Gold weniger. Ist definitiv nicht verkehrt. Dann haben wir noch hier ein paar neue Skins, wir haben Bewitching Jenner, Count Kledula, ich denke, das ist einer der besten Skins, auf jeden Fall, der sieht schon ziemlich cool aus, muss man definitiv sagen. Und dann haben wir noch Trick or Treat Echo, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Und dann haben wir natürlich noch die KDA Skins, sind das Strapse? Das sieht aus wie Latex, oder? Also da könnt ihr auch hier gerne eure Kommentare hinterlassen, Leute. Also ich denke, das hier sieht aus wie Latex, aber ich persönlich stehe jetzt nicht so auf Latex, deswegen weiß ich nicht, ob dieser Skin, ja, vielleicht ist es ja doch was anderes. Ich meine, das hier, so sieht ja kein Latex aus, oder? Aber das hier, naja, okay. Weiter geht's mit KDA Akali, vielleicht sehen wir hier, das hier ist safe Latex, Leute. Warum ist das hier nicht so lang wie das und das sieht aus, ach, das ist abgeschnitten, oder was? Ist das eine Hose? Ja, verrückt, wer ist denn das überhaupt? Akali. Achso, Kaiser. Ja, das ist Latex, Leute. Da lege ich mich fest. Ist das schon ein schöner Booty, ne? Und dann haben wir noch Evelyn. Die hat gar nichts in der Hinrichtung, in der Hinrichtung, in der Richtung an. Aber na gut, ne? Könnt ihr euch, oh, hier haben wir noch den Prassive Skin. Ja, kann man auf, ist das, sieht der genauso genau aus wie, wo ist, achso, ne, den hatte ich doch hier, Kaiser. Ist eins, zwei, eins derselbe, ne? Nur ein anderer, ist eins, zwei, eins derselbe Bild, oder? Ach, das ist Kaiser. Da habe ich Irelia gesagt? Ich dachte, das wäre Irelia wegen diesen Dingern. Ja, okay. Ähm, ich bin leicht verwirrt. Es ist spät abends. Ich wünsche euch was. Sagt mir auf jeden Fall, welchen von den Skins ihr am geilsten findet, oder welche ihr nicht so geil findet. Und, ne? Ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und goodbye.